Freitagabend ist es soweit. Die Schalker sind zu Gast. Wir freuen uns auf einen tollen Fußballabend unter Flutlicht. Und wir freuen uns auf euch. Über 30.000 Zuschauer im Stadion, das wird mega. Und das dürft ihr natürlich auf gar keinen Fall verpassen. Wir werden alles geben, Vollgas auf dem Rasen, Vollgas auf den Rängen. Und dann holen wir gemeinsam drei Punkte. Doch eine Bitte haben wir noch, kommt rechtzeitig ins Stadion. Auf geht's Hannover. Niemals allein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.